Hallo und willkommen! Heute teile ich mit dir 5 gute Gründe, warum jetzt der perfekte Moment ist, ägyptisch-arabisch zu lernen. Egal ob du ein Fan der ägyptischen Kultur bist, in Ägypten reisen möchtest oder einfach neugierig auf eine neue Sprache bist, bleib dabei! Am Ende des Videos wartet noch ein exklusives Angebot auf dich. Grund 1. Die kulturelle Verbindung Ägyptisch-arabisch ist nicht nur die meistgesprochene Variante des Arabischen, sondern auch eine der lebendigsten. Stell dir vor, du verstehst die Dialoge in ägyptischen Filmen und Serien ohne Untertitel und erlebst die Kultur hautnah. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Grund 2. Reisen und Tourismus Ägypten ist voller atemberaubender Orte und einzigartiger Geschichte. Wenn du die Sprache sprichst, kannst du auf eine ganz neue Weise eintauchen, einheimische verstehen und authentische Reisetipps bekommen, für eine noch beeindruckendere Reiseerfahrung. Grund 3. Verbindung zu Freunden und Familie 3. Verbindung zu Freunden und Familie Wenn du Freunde oder Verwandte hast, die ägyptisch-arabisch sprechen, kannst du mit deinen Sprachkenntnissen eine engere Bindung aufbauen und ihre Kultur besser verstehen. Sprache verbindet Menschen auf eine besondere Weise, verbindet. Grund 4. Flexibles Lernen Der vierte Grund ist das flexible Lernen. In unserem Kurs reichen bereits 5 Minuten täglich, um Fortschritte zu sehen. Die Lektionen sind kurz, einfach und lassen sich perfekt in den Alltag integrieren. Du lernst effektiv und bleibst motiviert. Grund 5. Das Angebot Jetzt für kurze Zeit Und nun, Grund Nummer 5. Ein besonderes Angebot. Unser Videokurs Ägyptisch-Arabisch lernen ist derzeit für nur 51 Euro statt 599 Euro verfügbar. Aber das Angebot endet am 31. Oktober. Also nutze die Gelegenheit und sichere dir deinen Platz. Wenn du neugierig geworden bist, klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung oder in den Kommentaren, um dir den Kurs zu sichern. Er kostet nur 51 Euro statt 599 Euro. Aber nur bis zum 31. Oktober. Danke fürs Zuschauen. Abonniere den Kanal und gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Schreib uns auch in die Kommentare, warum du Ägyptisch-Arabisch lernen möchtest. Viel Erfolg beim Lernen und Maa Salama. Bis bald.